Ja, das machen wir alles in Ruhe dann. Also spielen wir. Weil es an sich ist ja so ziemlich tief, vom Gesang her. Und dann kommt jedes gleich ein bisschen unter. Hast du jetzt die Map hier? Was? Gespeichert und... Nee, den Öffner von den anderen. Hä? Öffner von den anderen. Ja, das... geht das dann nicht verloren. Wenn ich hier auf Öffnen gehe. Und das aber gleich gespeichert ist. Dann einfach nur. Da haben wir los. Die 9ophile- ist aber Tok. Aber dann teilweise.. Das war aber super. Wenn wir clock rent. Ich glaube das noch aber macht. Und der kumste. Gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020